zahltag gesetzliche rente im april 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de sie wissen es ja in guter tradition und auch in monatlicher abfolge erläutere ich immer am monatsende meistens immer zum monatsende wann denn der zahltag der gesetzlichen rente ist für den laufenden monat und wir haben ja jetzt den april 2024 heute ist der 29 4 2024 und deshalb ist es wieder mal zeit ihnen zu sagen wie die zahlungen der gesetzlichen rente und wann die zahlungen vor allen dingen der gesetzlichen rente erfolgen also meine damen und herren der zahltag in der gesetzlichen rente ist gesetzlich wie immer geregelt und zwar im paragraf 118 und dort steht drin dass die rente immer am letzten des monats fällig wird der letzte des monats ist morgen der 30 4 2024 der 30 april der monat april hat 30 tage keine 31 tage das heißt also sie bekommen morgen am 30 vierten 2024 ihre gesetzliche rente ausgezahlt ein tag früher weil der monat april ja nun mal nur 30 tage hat aber meine damen und herren das ist nur die halbe wahrheit denn die monats die zahlung der gesetzlichen rente für den monat april als sogenannte nachschüssige zahlung erfolgt am 30 vierten und zwar für den laufenden monat april so ist es im paragraf 118 sgb 6 geregelt und diejenigen die ihre rente noch vorschüssig gezahlt bekommen die bekommen die monatsrente mai auch im monat april und zwar am 30 vierten 2024 ausgezahlt also am 30 vierten 2024 ist der zahltag der gesetzlichen rente und zwar für den monat april für die laufende rente monat april das sind die meisten von uns oder die meisten rentnerinnen und rentner und die laufende oder die kommende monatsrente mai auch im monat april zu zahlen als vorschüssige rente das sind dann nicht mehr ganz so viele leute die das bekommen aber immerhin gibt es auch solche zahlungs fälle für die gesetzliche rente meine damen und herren und morgen ist auch ein wichtiger tag denn morgen muss das bürgergeld und das wohngeld auch zur zahlung fällig gestellt werden und zwar für den laufenden monat mai 2024 so meine damen und herren das soll es gewesen sein sie schauen bitte morgen mal auf ihre bank konnten ob denn die gesetzlichen renten altersrenten erwerbsminderungsrenten und hinterbliebenen renten pünktlich auf ihr konto eingegangen sind bitte aufpassen bald kommen auch schon die neuen rentenbescheide mitte juni geht es los mitte juni 2024 geht es los mit der rentenerhöhung dann druckt sozusagen die der post renten service wieder millionen renten anpassungsbescheide aber dazu werde ich sie auch noch mal extra informieren näheres zum thema renten auszahlungstermine april 2024 finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel www.r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r